Die Aktienmärkte heute mit einer massiven Rallye. Aber seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Oder wie die Südfranzosen sagen, be careful what you wish for. Denn seien wir doch mal ehrlich, was war das Beste, was den Aktienmärkten passieren konnte? Das Coronavirus. Na gut, nicht allen Aktien, Touristik, Kreuzfahrt, Flug und so weiter. Die sind natürlich böse abgeschmiert, Hotels und und und, die ganzen Corona-Opfer. Aber die anderen, die sind prima gelaufen. Oder warum haben wir neue Allzeithochs etwa beim Nasdaq gesehen? Eben weil die Notenbanken all in gehen mussten, weil Stimulus durch die Staaten gemacht wird. Also letztendlich für die Aktienbult eigentlich das Beste, was passieren konnte. Und jetzt will man uns das Coronavirus wegnehmen. Was passiert dann? Ja, die Aktien sind nach einem kurzen Crash im März ja massiv gestiegen. Wegen dem Coronavirus könnte man sagen, wenn das Coronavirus jetzt keine Rolle mehr spielen sollte, dann ist es natürlich ein bisschen schlecht bestellt. Möglicherweise um die weiteren Hilfen der Notenbanken und auch um den Stimulus. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir haben heute diese Meldung von Pfizer in Kooperation mit der deutschen BioNTech. Endlich spielen wir auch wieder mal eine Rolle. Über 90 Prozent, so heißt es, sei die Abdeckung gegen eine Infektion mit dem Coronavirus. Das wäre ein überragender Wert. Das hat man so beim Mars, nicht beim Mars, beim Mars an muss es heißen. Und bei einigen Kinderkrankheiten nicht dagegen, zum Beispiel bei der Grippe. Da sind es so 40 bis 60 Prozent, also ungefähr die Hälfte. Also das wäre schon ein richtiger, richtiger Erfolg. Aber dann kamen die Russen und haben gesagt, ja, wir haben auch ein Vakzin, ein Impfstoff, auch mit über 90-prozentiger Abdeckung. Wahrscheinlich kommt demnächst eine Pressemeldung, wir haben 190 Prozent Abdeckung. Würde mich nicht wundern. Jedenfalls mein zwölfjähriger Sohn, der mich täglich jetzt fragt, ja, was gibt es denn Neues in Sachen Biden oder Trump, habe ich gesagt, ja, eigentlich nichts. Aber sie glauben, einen Corona-Impfstoff gefunden zu haben, hat der nur abgewinkt und hat gesagt, das haben sie uns vor drei Monaten schon erzählt. Also die Weisheit von Zwölfjährigen sollte man nicht außer Acht lassen. Aber gehen wir weiter im Text und schauen uns die Dinge weiter an. Da hat einer dann gefeiert. Das war zunächst mal Donald Trump. Stopp, mark it up big. Aber Vaccine coming soon, kommt bald und so weiter. Great News, nur ein bisschen spät für Sir Donald. Das hätte er gerne eine oder zwei Wochen früher gehabt. Jetzt kann man natürlich die Verschwörungstheorie stricken. Ja, warum haben Sie denn das erst heute gesagt? Und nicht schon letzte Woche oder vorletzte Woche. Der Pfizer-CEO hat gesagt, nein, das hat nichts mit den Wahlen zu tun. Nein, überhaupt nicht. Das hat gar nichts damit zu tun. Meine Damen und Herren, das wissen wir alle. Jedenfalls ist das natürlich ein bisschen dumm gelaufen für Sir Donald, dass es jetzt erst kommt. Denn wäre diese Meldung vor zwei, drei Wochen gekommen, dann wäre es vielleicht so, dass Donald Trump wiedergewählt worden wäre. Denn das große Problem von Donald war ja der, sagen wir mal, etwas mäßige Umgang mit dem Coronavirus wäre. Der wäre dieses große Problem erledigt. Und dann hätte er sagen können, guckst du, Wirtschaft super gut. Alles doch super gelaufen. Ich bin der Größte. Jetzt muss er gucken, wie er seine Dinge wieder auf die Reihe kriegt. Dazu später mehr. Und die Marktreaktion war krass. Wir haben ja zunächst mal schon in den Montag hinein steigende Aktienmärkte gesehen, weil dann die Ergebnisse aus Pennsylvania kamen. Und ziemlich klar ist, auch wenn es nur Medien berichten, weil die offizielle Ausrufung sozusagen ohnehin jetzt nicht passiert. Das an diejenigen, die sagen, ja, das ist ja schon schräg, dass die Medien das berichten jetzt. Und die Medien, nämlich amerikanische Fernsehmedien, den Sieger ausrufen, ist richtig. Aber es ist eben sozusagen gar nicht vorgesehen, dass jetzt schon im Prinzip offiziell durch die Wahlbehörden der Sieger ausgerufen wird. Jedenfalls zurück zu den Märkten. Wir sehen hier eine seltsame Reaktion. Zunächst alles nach oben gegangen. Der Russell-Boof nach oben. Also dieser Nebenwerteindex. Sogar Limit Up, also vom Handel ausgesetzt. Dow Jones massiv gestiegen. S&P massiv gestiegen. Nasdaq zunächst auch gestiegen. Und dann deutlich gefallen. Was ist da los? Das wollen wir gleich erkunden, warum der Netzzug stiegen ist. Jedenfalls. Das ist so ein bisschen das, wo man vorsichtig sein sollte, was man sich wünscht. Ja, für die Menschheit wäre es natürlich super, wenn ein solcher Impfstoff entwickelt werden würde. Aber wäre es für die Aktienmärkte auch wirklich gut. Denn, let's be clear, das würde bedeuten, dass die Amerikaner weniger Schulden aufnehmen, weniger Staatsanleihen emittieren würden, die Bilanz so mit der Fed schrumpfen könnte. Und das ist ja das, was die Märkte nach oben gebracht hat. Die massive Aufschwellung sozusagen der Fed-Bilanz. Wenn die jetzt schrumpft, wäre es nicht so schön. Die Notenbank müsste dann weniger bis gar kein QI betreiben. Oder irgendwelche anderen Maßnahmen. Stimulus wäre auch nicht mehr so wichtig. Denn das Problem würde sich ja dann von selbst erledigen. Und das ist doch genau das, was die Aktienmärkte nicht wollen eigentlich. Wenn ich mich nicht so ganz schwer täusche. Jedenfalls sehen wir eine massive Reaktion an den Märkten. Zunächst mal bei Staatsanleihen. Die 10-jährige Uhr Staatsanleihe. Massiv nach oben geschossen. Fast bis zur 1%-Marke. Kommend von 0,8% dann also auf 0,6, 0,7% gestiegen. 17 Basispunkte. Das sind riesige Bewegungen am Anleihenmarkt. Und wir sehen in der unteren Grafik, das hat vielen sehr, sehr weh getan. Denn die sitzen short. Die haben erwartet, dass sozusagen die Renditen weiter fallen. Weil jetzt eben doch Joe Biden zwar Präsident ist. Aber der Senat wahrscheinlich republikanisch bleibt. Also nichts große Verschuldung, nichts Stimulus. Dementsprechend dann eben, naja, dann werden die Renditen weiter fallen. Da gibt es keinen Grund zu steigen. Es kommt keine Inflation, weil eben weniger Stimulus etc. Das war die Logik. Also hat man die ganze Geschichte geschortet. Eben auf fallende Renditen gewettet. Und jetzt, bumms, ist das explodiert. Da haben sich viele heute die Finger verbrannt. Und wir sehen, Überraschung, Überraschung. Hier sehen wir die sogenannten Fed Fund Futures. Also die Futures, die einpreisen, wie der Zinssatz der Notenbank in einem bestimmten Zeitraum sein wird. Und wir sehen hier die Dezember 2021er Fed Fund Futures. Die also versuchen vorherzusagen, wie denn die Zinsen im Jahr 2021, nämlich Dezember 2021 sein werden. Die gehen massiv nach oben. Denn angenommen, das Coronavirus würde sich erledigen. Dann wäre das natürlich für die Wirtschaft bombastig. Und das würde sozusagen dann potenziell natürlich Inflation, Nachfrage würde zunächst mal steigen. Dann würde die Inflation steigen. Dann müsste die Notenbank vielleicht sogar mit einer Zinsanhebung kontern. Und das hatten die Märkte ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Also die Welt hält viele Überraschungen bereit. Und warum ist der Nasdaq nicht gestiegen? Hier sehen wir die Relation, das Verhältnis zwischen Russell 2000 Growth, Russell 1000 hier, und der Value. Und wir sehen, Value hat Growth, also die soliden, herkömmlichen, konservativen Geschäftsmodelle. Die haben die Growth, die Wachstumsgeschäftsmodelle, umsage und schreibe über 30% underperformed seit Jahresbeginn. Und da ist natürlich klar, wenn es jetzt nicht mehr so schlimm bestellt ist, um die ganzen Corona-Opfer, Touristik, Hotels, Flug, all diese Bereiche, die so schwer getroffen wurden, dann macht diese Unterbewertung im Vergleich zu Tech keinen Sinn mehr. Also alle rein in diese Geschichten und teilweise raus aus anderen Geschichten, wie eben Tech, zum Beispiel Amazon. Und das ist natürlich jetzt alles ziemlich abrupt, was wir hier sehen. Da sehen wir, dass zum Beispiel der Spread zwischen dem S&P 500. Und indem Nasdaq praktisch mit einem Schlag jetzt so gering geworden ist, wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Oder in einem einzelnen Handelstag hat sich diese Differenz so stark verringert, wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Oder seit genau 20 Jahren, seit der Dotcom-Blase, respektive deren Platzen. Da ist also einiges passiert heute. Und wir sehen diese gigantischen, harten Bewegungen hier in diesem Chart. The vibrant rotation, also die gewaltsame Rotation. Es ist ja wirklich auch der Weg des größten Schmerzes, den die Märkte hier wieder gehen. Erinnern wir uns, die Aktienmärkte sind in die Wahl am Dienstag gegangen mit der Einstellung, mit der praktisch Einpreisung dessen, dass es eine blaue Welle gibt, dass also die Demokraten alles gewinnen, auch der Senat dann demokratisch wird. Es ist nicht so gekommen. Da sind zunächst mal in dieser Erwartung die Renditen gestiegen, die Tech-Werte gefallen, die Value-Aktien gestiegen. Dann kam das Ergebnis. Zwar Biden Präsident, war lange nicht klar. Aber dann eben Senat doch republikanisch, booms, wieder alles raus aus Value, booms, wieder alles rein in Gross. Heute jetzt diese Corona-Impfstoff-Geschichte, booms, wieder alle raus aus Tech, booms, wieder alle rein in Value, booms, wieder die Anleiherenditen nach oben. Also es ist ein Wahnsinn, was da passiert, der Weg des allergrößten Schmerzes. Und das sehen wir auch am Devisenmarkt. Nicht nur die Anleihenmärkte heute mit starken Bewegungen, die Aktienmärkte sowieso, dazu gleich mehr. In diesem Chart von Capitalista.com sehen wir auch zunächst mal den Dollar schwächer, Euro-Dollar-Stieg. Alles gegen den Dollar-Stieg. Aber dann hat man sich eines Besseren besonnen, hat sich die Anleiherenditen angeschaut und sieht, oh, jetzt gibt es ja plötzlich wieder Renditen, gibt es ja plötzlich wieder Zinsen für Dollar-Anlagen. Nachdem eben die 10-jährige Anleihe so stark gestiegen ist, die ganze Bandbreite der US-Staatsanleihen so gestiegen ist. Und booms, ging es für den Euro-Dollar wieder nach unten. Denn wir waren schon deutlich über der 1,19 und kämpfen mit der 1,18er-Marke. Das sind schon Bewegungen, die durchaus relevant sind. Und jetzt kommen wir zu die Aktienmärkte, meine Damen und Herren. Hier sehen wir dann den S&P 500, der eigentlich genau an seiner oberen Trendkanallinie angekommen ist. Es gab scheinbar keinen Heiden mehr, der S&P 500, neues Allzeithoch, Dow Jones, neues Allzeithoch. Den Russell hatte ich vorhin schon gezeigt, der explodierte geradezu. Auch der DAX erfreute sich einiger Zugewinne. Und wir sehen hier, da sind wir genau angekommen. Und wenn wir uns das größere Bild mal anschauen, dann sehen wir, dass wir hier diese Trompete praktisch genau angestoßen haben. Auf der Oberseite diese obere Trendkanallinie in einem sehr langfristigen Chart. Also da muss jetzt schon was passieren, damit man dann drüber kommt. Denn das ist das, was ich eben sagte. Die Beste aller Welten ist jetzt eingepreist. Jetzt haben wir sogar den Impfstoff, zumindest die Hoffnung darauf. Eine konkrete Hoffnung, so konkret wie vielleicht noch nie. Indem ein Unternehmen sagt, ja, mehr als 90 Prozent beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass hier die Infizierung nicht erfolgt. Allerdings sind das sehr, sehr frühe Studien, sehr frühe Geschichten, sehr frühe Tests, die man da macht, mit sehr viel Vorsicht noch zu versehen. Ich glaube noch nicht an das Wunder. Aber schauen wir mal. Jedenfalls ist jetzt eigentlich alles eingepreist, was eingepreist sein kann. Wir haben die These, die Notenbanken werden alles stützen. Wir haben die These, es kommen keine Steueranhebungen, es kommen keine Regularien. Jetzt kommt Impfstoff. Also es ist so bullisch, dass es fast schon wehtut. Und das ist verdächtig bullisch, wenn Sie mich fragen. Und dementsprechend könnte jetzt sozusagen diese Idee, nix Stimulus, nix mehr Hilfe von Notenbanken nötig, praktisch für die Aktienmärkte ein kleines Problemchen werden. Wir werden sehen, jedenfalls, be careful what you wish for, um das nochmal zu zitieren. Und jetzt kommen wir nochmal zu St. Donald. Der will jetzt wieder Gas geben. Er will jetzt ja Gelder aufnehmen und er will sozusagen Rallys veranstalten, will also überall werben dafür, dass man jetzt diese Ergebnisse untersucht. Wenn es mehr als 0,5 Prozent Unterschied gibt, dann muss derjenige, der diese Wahl anzweifelt, eben auch die Neuauszählung bezahlen. So wie jetzt in Pennsylvania waren es ja über 0,5 Prozent. Alleine das würde unsumend an Millionen kosten, das zu finanzieren. Jetzt sagen einige Republikaner, die jetzt nicht so Trumpisten sind, sagen, hey Leute, lasst uns konzentrieren auf diese Stichwahl in Georgia. Da geht es nämlich um den Senat. Am 5. Januar werden da zwei Kandidaten ermittelt zwischen Republikanern und den Demokraten. Es geht um zwei Sitze. Derzeit die Republikaner ja 50 Sitze, die Demokraten 48. Wenn jetzt zwei Sitze noch gewonnen würden durch die Demokraten, wäre es 50-50, also patt. Aber dann entscheidet der Vizepräsident, respektive eben die Vizepräsidentin von den Demokraten Kamala Harris. Also ist das für die Republikaner von ganz besonderer Bedeutung. Und hier Insider, die das Exos hier gesteckt haben, sagen ja, Trump interessiert sich nicht für den Senat. Da geht es nur um ihn. Er will sozusagen hier diese Wahl anfechten. Und die Gelder, die man jetzt einsammelt, eben für diese Nachzählungen verwenden, statt jetzt eben die notwendigen Mittel bereitzustellen für diese ganze Geschichte in Georgia, die auch Unsummen an Geld kosten wird für diesen Wahlkampf, den da diese Kandidaten führen werden. Also, das ist eine verzwickte Situation. Noch ist es ruhig an der Trump-Front. Noch gibt es keine Ausschreitungen. Hoffentlich bleibt es so. Aber sicher ist es eben nicht, wenn dann diese wütenden, enttäuschten Trump-Wähler eben sagen, da ist Betrugung worden, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und dann eben ihre Frustration in Gewalt ausdrücken. Wie gesagt, wir hoffen, dass es nicht passiert. Aber es ist eben alles andere als ausgeschlossen. Schauen wir mal, wie die Märkte jetzt weiter reagieren. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und be careful what you wish for. Das ist das Motto des heutigen Abends. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Und sag's sehr besonders. Ciao. Ciao.